Hallo Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von unserem Final Fantasy geilen Game. Ähm, wir haben gerade Freya getroffen. Freya, Freya, keine Ahnung. Ich sag mal Freya. Jetzt laufen wir durch die City und wir haben irgendetwas bekommen. Wahrscheinlich dürfte das der Herr sein mit der silbernen Rüstung Steiner. Ja, geht der Verlorene in der Stadt. Was geht denn bei dem? Das ist halt eine normale Rüstung. Achso, das ist ein Tussel. Ja, okay, Räckchen. Ohlala. Was heißt hier? Ja, der hat ja nicht mal gelogen. Gurken? Ja, kauf Gurken. Und steck sie dir sonst wo rein. Ach du Scheiße. Ich meinte natürlich in den Mund. Ist ja normal, ne? Oh. Kippt er einfach um. Soll mal recht sein. Ich... Hm, ja die Frage ist, wohin soll ich? Ich glaube, ich gehe einfach nach oben rein. Das wird mir schon zeigen, was abgeht. In der City. Und so... Bäm, 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 bäm. Oh, Steiner ist nicht mehr hier. Alles klar. Ich will auch eine. Ja, aber dem gibst du oder was? Gibt's da rein? Pff, verarschen. Na dann net. Drecks, Dingens, Kack, Vieh. Gibt's hier denn nicht irgendwo Spannendes? Irgendwie... Do know. Und? Arf. Arf. Okay, dann hat er auch nicht da rein. Was gibt es bei dir? Kirche, bla bla, gebaut, bla bla, tradition, bla. Oh, da steht's. So sieht's aus, als müsste man da reingehen. Das ist dann wohl die Kirche. Okay, okay, da ist ne Treppe. Äh, Treppe sag ich leider. Oh mein Gott, ey. Ich will das machen. Ne, oder? Ach du Scheiße, find ich da Rüstung. Unlogisch. Kann ich spielen? Schätze nicht. Was gib bei dir ab? Ich schätze gar nichts. Ah ja, dann geh ich... ...wieder... ...zurück. Ne, 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 ne. Da hin, da hin. Vielleicht zieh irgendwo eine Tür. Na, nein? Nein. Na dann nicht. Geh ich halt rechts rein. Was gibt da drin ab? Sieht recht interessant aus. Jawohl, was finden wir? Wir finden Truhen. Optimal. So muss das immer sein. Irgendwo reingehen, zack, Truhen. Zack, wir klauen. Keine Ahnung, was ich gerade bekommen habe. Ich habe zu schnell weggeklickt, aber egal. Schrank. Bücher. Card-Kollektor. Wayne. Geht's da weiter rein? Nope, natürlich nicht. Also, die Steuerung ist manchmal schon ziemlich behindert, aber ich fühle mich damit ab. Okay, wo war das da? Ups, was habe ich da geklickt? Verwirrt. So, aber jetzt habe ich... Egal. Komm, ey. Oder geh. Wir gehen doch schon. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Leck. Wow. Nur weil der Brunnen so Übergrafik hat, muss ich nicht gleich lecken. Komm jetzt selbst rein. Okay. Das ist dann wohl die Schmiede. Ich muss irgendwo noch den Mage-Masher kaufen. Oder habe ich das schon? Kannst du den hier ansprechen? Nein. Doch. Oh. Ich brauche einen Mage-Masher. Zwei. Und. Ja. Kann man hier vielleicht noch gleich kaufen. Das wäre natürlich optimal. Hm. Spring rein! Okay. Ja, dann müssen wir irgendwo... Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir schmieden können. Ähm. Ja. Waffenhändler. Pff. Keine Ahnung, du. Sieht aus wie eine Bank. Als Waffenhändler. Aber man kann ja mal vorbeischauen. Sieht nach Tränken aus. Ach du Scheiße. Bitte, bitte. Ja, pff. Kacke. Ich habe noch 10 Potions. Die dürften auch ausreichen. Locker und so. Aber naja. Ach, das sieht doch nach Waffenhändler aus. Jawoll. So geht das. Wir brauchen einen Mage-Masher. Komm schon. Da. Pff, hajo. Ich habe so viel Geld. Das ist ja nicht normal. Man kann sich eine Scheiß-Gabel kaufen. Da. Kauf ich mir gleich mehrere. Warte mal. Amulett. Können wir schon einlegen. Aber. Ach Gott. Ich habe so viel Geld, du. Das ist mir jetzt gerade egal. Warte mal, habe ich jetzt schon einen gekauft? Gute Frage, gute Frage. Gerade egal. Mitrine. Dolch. Ich verstehe. Egal. Jedenfalls sieht die nächste Waffe, denke ich, ziemlich cool aus, wenn man die schmiedelt. Oder, wenn es zumindest so heißt. Keine Ahnung, jedenfalls. Ich sage mal, da zu schmieden. Oder fusionieren. Was geht bei dir ab? Ja, ist auch geil hier. Butterfly. Ach so, wenn ich zwei hole, dann ist es stärker. Ah, komm. Hol mir. Zu viel Zeit muss sein. Ich meine, danach haut der Damage raus, denke ich mal. Wenn nicht, dann gibt's. Aber kann man hier irgendwas anklicken? Bei dem? Nee. Wenn er dann eine Damage macht, dann mache ich mir Sorgen, du. Dann mache ich mir Sorgen. Aber normal muss ja so ziemlich fast das Doppelte. Oder zumindest zehn mehr Schaden steht da. Das ist, denke ich mal, schon einiges. Oder zumindest mehr als vorher. Erstmal gucken, ob hier irgendwas abgeht. Das müssen wir dann eh dann wieder zurück. Das müssen wir dann auch dann gleich. Na, was heißt, müssen wir keine Ahnung, eh wir hierbleiben für 24 Stunden. Na, aber das tun wir jetzt mal nicht. Baby. Synthetisieren. Oh, was ist das? Aha, aha, mhm. Okay, nein. Da ist noch eins. Oh, du. Ein Schal. Wer braucht bitte einen Schal? Riecht das hier irgendwas? Nee. Es gibt ja auch... Es gibt auch irgendwo Legend. Der wie Schmiede oder sowas. Haben die vorher ja mal gesagt. Die werden ja dann wohl episch abgehen, würde ich sagen. Wenn nett, dann würde ich mir Gedanken machen. Ja. Für was kaufe ich es denn? Wenn ich es nicht tragen würde. Optimal, sage ich dir. Optimal. Der hat doch jetzt irgendwas Neues bekommen. Und was ist denn das? Ah. Kann ich das... Oh, der kann Geld klauen. Was ist das? Oh mein Gott. Drecks Dingens. Ah, das ist cool. Ich will nicht unbedingt vergiftet werden. Und da ich eh zu viele Punkte habe... Warum nicht? Na wunderbar. Es würde mich halt nur interessieren, wie viel Damage der noch macht. Aber das werden wir niemals erfahren. Wir kommen ja nie wieder aus dieser Stadt raus. Was bestimmt ziemlich cool wäre. Ja, nicht mal die Treppe können wir hoch. Geht's jetzt nur noch in die andere Richtung. Wenn das funktioniert so. Nope. Okay, dann gehen wir da weiter den Dingensweg entlang. Ja, wenn es Steiner nicht geschafft hat, probiere ich sie mal anzureden. Das geht ab, süße. Ah, na, und so. Nein, okay, alles klar. Na, dann halt sind wir durch. Andere Richtung, andere Richtung. Wenn da gleich nix ist, gell, dann wär cool. Nicht. Das wär nicht so toll. Anscheinend geht's da zum Schloss vielleicht? Maybe. Ich hab keinen Plan mehr. Sieht schon danach aus. Wow, Musik ist weg. Was ist los? Oh. Hm. Gut. Ich glaub nicht, dass das so geplant ist. Oder gibt's da vielleicht noch was anderes außenrum? Guck mal, noch mal kurz. So, einmal im Kreis. Kann man sich auch drehen, maybe? Das wäre ganz sinnvoll. Doch schon. Schlossmäßig seh ich es. Ja, das können wir nix mehr ausprobieren, wie's so geht. Und schon, haust ihr alle um, haust ihr alle um. Berge. Ja. Okay, die sehen irgendwie arg stark aus. Ich weiß nicht, ob ich mir das so so vorstelle. Aber die Waffe sieht ja cool aus. Oh, yeah. Nice. Sehr nice. Ja, nee. Jetzt mach's ihm fällig das mal nicht. Ich bin eh vor dir dran. Kann ich wetten. Bam. Jetzt gib ihm. Schon nicht schlechter, denn... Ich würde interessieren, wie viel... Wie im Gegensatz dazu machen würde. Ich denke, ich mag viel mehr. Deshalb ist das akzeptabel. Ich schätze mal, wir müssen wieder rein. Ja, ja, ja. So. Gut. Dann gucken wir halt noch in den anderen Häuser nach. Es bleibt uns auch anderes übrig. Da, genau. Gerade gegenüber rein. Wow, was ist das jetzt? Wie, wie ist Shopping? Hallo, gut. Na, dann kauf halt Nüsse, wenn du keine Nüsse hast. Hm, hm. Hey, da war ich auch schon drin. Hm. Okay. Okay. Hm. Dann ess sie doch. Ein Festival? Wo? Kupo. Kupo. Geil. Lol. Äh, hm. Ja, warte mal. Hier bin ich ja wieder ganz woanders. Ach du Scheiße. Ja, alle gut. Hier machen wir mal kurzen... ...Abschnitt, Pause, bla, blub. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Na dann. Da declaring.